Die Griechen in der Antike legten den Grundstein für die Entwicklung der Wissenschaften und brachten bahnbrechende Erfindungen hervor. Ptolemaius berechnete etwa, wie sich Planeten und andere Himmelskörper um die Erde herum bewegen. Ebenso auf die Liste gehört die erste Dampfmaschine oder die Erfindung der Wasserpumpe. Zudem entwickelten die Griechen Kriegsgeräte wie das Schleuderkatapult und Schutzwesten für ihre Soldaten. Archimedes formulierte die Hebelgesetze und schuf so die Grundlage für die Entwicklung der Mechanik. Aber auch Disziplinen wie Geometrie und Algebra sind den Freunden der Weisheit zu verdanken.